Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hoch hier oben in den Bergen... ...ist die Welt friedlich und ruhig. Also... ...meistens. Miele! Juhu! Hoi, heisst der Heidi. Wo nimmst du das Mädchen heute mit auf die Alpe? Du musst gut zu mir schauen, oder? Wie heisst der Schangler? Peter! Sagst du mir, wie man das macht? Was? Die Pfeife denke. Schön. Ein kleines Mädchen... Guten Morgen, Geisse! ...mit einem grossen Herz... ...auf der Suche nach seinem wahren Zuhaime. Sechs Grossvater. Gute Nacht. Heidi. Heidi! Wie würde es dir gefallen, in einem ganz schönen grossen Haus zu wohnen? Ich bin Clara. Wo ist die Scheine? Wir essen hier mit Besteck. Man hat uns eine komplett verbildete und ungebildete Kreatur ins Haus gebracht. Gibt mir ein Herzig. Ah! 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 Wo du herkommst, hm? Das ist sicher sehr anders. Grossvater. Erlebt die einzigartige Geschichte. Clara ist so fröhlich wie noch nie. Wie du sie noch nie vorher gesehen hast. Ja, ein Herzig. Ich bin mein Herzig! Das ist das was. Ich bin mein Herzig! Das ist das was. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017